Moinsen Freunde der Sonne! Heute gibt's noch ein bisschen was anderes, denn ich hab so ein kleines Anliegen an euch. Das Team Yeet, also in dem ich fahre und meine Mitstreiter auf unserem Auto oder meinem Auto, auf dem ich fahre, hatten letztens eine sehr coole Idee. Wir haben jetzt über ein Jahr gemeinsam unsere Rennen bestritten und hatten uns irgendwann mal überlegt, aus Jux und Dallerei für jeden Katten einen Witz zu erzählen, damit das nicht immer so öde ist oder dass einen das so ärgert und die Stimmung dann irgendwie doof ist, wenn man das reinfährt und eine DT reinfährt. Und wir haben jetzt so nach einem Jahr festgestellt, Mensch, das mit den Witzen ist ja irgendwie auch doof, weil die hören ja irgendwann auf und die sind dann irgendwann leer und man hat jeden erzählt. Und so hatten wir letztens in einem Rennen die Idee, warum machen wir nicht was Sinnvolles damit, mit dieser ganzen Prozedur, die wir dadurch leben. Und so sind wir darauf gekommen, zu sagen, hey, für jeden Kat, den man reinfährt, haut man 50 Cent in eine Kasse rein. Und so haben wir uns dazu entschlossen, für jeden Kat, den man reinfährt, 50 Cent in ein Glas zu schmeißen. Dazu gibt's noch die Option, der, der die DT reinfährt, also der quasi nochmal einen Kat fährt, kann sich aussuchen, ob er 50 Cent oder einen Euro in den Pott reinhaut. Wir hatten erst hin und her überlegt, was wir dann mit dem Geld machen, ob wir irgendwann so einen gemeinsamen Teamurlaub machen oder ob wir damit, keine Ahnung, einmal ordentlich essen gehen, alle zusammen. Und haben uns dann aber dazu entschlossen, wir machen das für einen guten Zweck. Wir werden jetzt bis Ende des Jahres, also bis in den Dezember rein, alles aufschreiben und datieren, wer wie viel Katz reingefahren hat und rechnen dann nachher den Gesamtbetrag aus und spenden den für einen guten Zweck. Am Ende des Jahres haben wir dann auch für uns selber festgestellt, das letzte Rennen, was wir gemeinsam als Team fahren, werden wir nutzen, um für euch da draußen eventuell auch eine Möglichkeit zu erschaffen, indem ihr euch beteiligen könnt. Denn wir werden in dem letzten Rennen, was wir fahren werden, das Ganze natürlich auch streamen und euch die Möglichkeit geben, mit in den Pott reinzuwerfen. Jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber, weil ich sehe schon bei einigen die Alarmglocken angehen, wie ihr sammelt dann die Kohle. Nee, wir machen das alles über Better Place. Das heißt, von uns wird niemals irgendjemand dieses Geld anfassen, denn du kannst direkt über die Seite Better Place dich daran dann beteiligen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da eine große Summe zusammenkriegen. Wir möchten das für Kinder machen. Also wir haben uns schon mal grob dazu entschlossen, diese Thematik oder diese Aktion auf eine Hilfsorganisation oder eine Organisation, die Geld braucht, die sich um Kinder kümmert. Das heißt, wenn du als Zuschauer oder Teil der Community dich daran beteiligen möchtest, wird das ja das letzte Rennen werden dieses Jahr. Ja, ansonsten kannst du auch gerne für dich immer ein paar Groschen weglegen und das dann da reinzimmern. Warum ich dieses Video jetzt eigentlich mache? Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Kollegen auch Lust hätten, daran teilzunehmen. Falls du irgendwo in einem Team fährst oder mit deinen Kollegen unterwegs bist und eventuell auch Bock drauf hättest, dich da mitzubeteiligen, dass wir Kindern vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu Weihnachten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr damit einsteigen würdet. Ihr könnt das ja so wie wir machen. Wir haben eine Excel-Tabelle oder ein Word-Dokument, da steht jeder mit seinem Namen und dann schreibt man das auf und du kannst ja dann später immer ausrechnen, was derjenige zu zahlen hat und dann schmeißt man das am Ende des Jahres in diesen Pod mit rein. Ich persönlich werde euch darauf noch aufmerksam machen, wann das stattfindet oder wann unser letztes Rennen sein wird und dann kannst du dich als Zuschauender auch daran beteiligen und das in den Pod mit reinpfeffern. Nochmal, wir machen das über Better Place. Ich denke mal, wir werden uns auch gemeinsam nochmal eine Organisation aussuchen, denn das ist ja eine Entscheidung der ganzen Community und wir gucken, was wir finden und dann machen wir Ende des Jahres, zaubern wir ein paar Kindern ein Lächeln aufs Gesicht. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das mit euren Kollegen oder mit anderen Teams teilen könnt, dass wir so viele Fahrer bzw. Teams bzw. Autos in diese Aktion involvieren können und einen großen, massigen Pod an Fehlern, die wir auf der Rennstrecke gemacht haben, zaubern, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Also würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns Ende des Jahres sehen und wenn ihr daran teilnehmt. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch das angesehen habt. Teilt das Ganze mit anderen Menschen. Versucht vielleicht den einen oder anderen darauf aufmerksam zu machen und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis den Dansen! Bis zum nächsten Mal!